hallo und herzlich willkommen bei alex mlp hier ein info video wir suchen immer noch mitarbeiter bei westliche virtual verkehrt bewerbt euch wir wollen so viel möglichen weisen so viele mitarbeiter so viel wussten ich zeige euch auch ich bin nur online hier wir sind jetzt als mitarbeiter ich bin aber der gründer und der chef alles wird das mit managen also genau die stehen jetzt nach dem weg start das sieht ja auch in den zeit auch dann fertig wir suchen mitarbeiter weil wir immer weiter bussen noch verfügbar haben die auch gerne faden lassen wollen von also für euch und es würde mich freuen dass ihr auch fährt wie ihr auch zeit hat also zeit habt theoretisch jetzt zum beispiel morgen ist montag könnt ihr zum beispiel 17 uhr oder 16 uhr von 16 uhr bis nehmen wir mal bis 18 uhr oder so oder von 16 uhr bis 20 uhr so wie ihr auch lust und laune habt schichten könnt ihr auch euch eintragen wenn ihr nachrichten bekommt und hier für eure statistik also kontostanz habe ich jetzt nach 0 euro umsatz von januar habe ich auch ganz gut gemacht also ist ja schon alles klar also ihr könnt fahren und ihr könnt auch abgeschlossene fortbildungen könnt ihr auch machen also ihr könnt euch auch selber ausbilden ich bin ja schon auf rang c ihr könnt dann auch hier genehmigung also wir haben ich glaube wie viele karten haben wir dann zeige ich euch noch danach dann könnt ihr reparatur und wartung machen und ja genau genehmigung karte so allheim laufen zwar wenn ihr das habt könnt ihr natürlich darüber haben wir haben wir haben ja premien nord früh vor 2016 haben wir ja noch andere paar maps map nicht maps map und also karten und wussten wie ihr gesehen habt so jetzt gehen wir mal zurück und gehen mal zu die ganze wo wir haben also hier habt ihr auch die schwarzen tritt was wir als chefen tritt machen können silvio busses also silvio der auch hier fährt und blitzfreund der benny und ich können hier was hinschreiben so als info kontrolle geht vor und hier als commute und ja die teamspeak von mir könnt ihr dann auch drauf gehen so jetzt können wir bei unsere schicht ja ich bin schon so zwei fahrten habe ich abgesagt weil ich kann bock mich quatsch ich habe da was machen müssen und dann bin ich auch gerne vertretung gefahren und einmal spontan so die map von also allerheim lauren zwar primen brief vor 2016 glatt weg 2016 also steht ja nicht dabei hafen city hamburg modern aachen brief fort lemmental v3 update oberstedt v2 rheinhausen ruhrgebiet als metropole ruhrgebiet xc berlin und wenn ihr noch weitere karten haben wollt könnt ihr natürlich auch uns schreiben und ja genau ich frage ab dem morgens also ab dem nicht morgen am 9 am 10 um 18.17 mache ich schicht bis abends um 22.40 und dann ab dem 10. liter und soweit wie ich zeit habe bonus tour könnt ihr auch machen entsprechend die auch ihr maps habt oder die map besser gesagt und ihr könnt auch vertretungstour machen jetzt geht es dauert zwei jahren überkehr einmal so schnell wieder so also da sind da auch immer map wo ihr fahren könnt alheim lauren zwar vertretung jetzt hafen city noch andere genauso beispiel hier berglin spandauern könnt ihr fahren vertretung städte trauen streiten dreieck v2 könnt ihr auch fahren vertretung machen müsst ihr auch gucken wie ihr zeit habt so ja genau dann gehen wir mal wieder unsere startmenü ja ich bin auch hier zwei angestellt als mitarbeiter ihr könnt euch bei investieren wird die auf bei einem neuen betrieb bewerben dann geht sucht ihr einmal bei mir wenn ihr fahren also ihr könnt das ihr könnt ihr könnt auch von mir sagen ne ihr fährt bitte alle bei mir weiß ich wieder alpha g also müsst nicht aber ihr könnt ihr müsst gang 2 haben und dann könnt ihr auch hier bewerben drauf drücken dann seid ihr auch sofort bei mir deine bewerbung wurde angenommen du bist jetzt ja gruppe zahlt also ich bin jetzt gruppe aber in wirklichkeit bin ich jetzt auch der betriebsinhaber seht ihr ja bei denen bin ich ja mitarbeiter genau so Einmal Foto für Infovideo Wird das nicht Egal Ähm Ja Ich sage tschüss bis zum nächsten mal Nächst mal mit Tempo Simulator Und Besuch mich bei Facebook Timepatch Lasst ein Abo da Ich sage tschüss bis zum nächsten mal Euer Paul Alexander LP Tschüss 1 2 2 Tschüss 5 Rip 2